Schönen Sonntag in Österreich. Das ist Öl 3 dabei mit Susi Zuschmann. Ein Jahr Feldreise sein, das ist schon ein Traum von vielen von uns. Jakob Horvath aus Karlstetten hat sich diesen Traum erfüllt, ist vor einem halben Jahr aus Österreich abgereist und hat sich bis Kolumbien jetzt einmal durchgeschlagen, wo er zur Halbzeit gerade ist. Was war denn dein bisher lustigster Moment? Das ist eine schwierige Frage. Da gab es zwei, drei. Ich bin ja bei Anhalter von Wien nach Amerika gereist und ziemlich lustig haben wir es da gehabt bei der Atlantiküberquerung am Segelboot. Und zwar ziemlich genau bei der Hälfte der Strecke haben wir das sogenannte Bergfest gefeiert. Also quasi ab jetzt geht es bergab. Der Kapitän hat ganz groß aufgekocht und wir haben eine ziemlich lustige Party am Bord gefeiert mit ganz viel Austropop und Mitsingblödheiten. Der nächste Tag war dann weniger lustig. Verkatert bei relativ hohem Wellengang am offenen Atlantik kann ich eher nicht empfehlen. Ja, das glaube ich da sofort. Du erzählst ja im Netz auf deiner Seite 1000 First Steps, Geschichten von interessanten Menschen, die du triffst. Was hat dich denn da ganz besonders berührt? Vor kurzem habe ich da einen Kolumbianer kennengelernt, der seit knapp 40 Jahren mit sehr wenig Geld ein Altersheim für Obdachlose unterhält. Der ist heute 66 Jahre alt und hat Krebs. Und der hat mir mit Tränen in den Augen erzählt, dass sein größter Traum es wäre, dass er ein Haus kaufen kann und die Menschen, um die er sich so lange gekümmert hat, dann nicht einfach wieder auf der Straße landen, weil er eben keinen Nachfolger hat, der die Miete bezahlen kann. Und zu sehen, wie Menschen, die selbst fast nichts haben, sich um andere so sehr kümmern und ihr Leben diesem Projekt widmen, das hat mich schon sehr berührt und mir auch die Augen geöffnet. Und wie geht es jetzt weiter bei dir? Ja, ich war jetzt über zweieinhalb Monate in Kolumbien und reise heute weiter nach Ecuador. Zuerst mit dem Bus über die Berge nach Quito, dann weiter an die Pazifikküste und danach in den Amazonas von Peru. Soweit die Ideen. Geplant habe ich eigentlich nichts, außer einen Flug im Juli nach Kalifornien. Und danach ist alles offen. Mal schauen, wo es mich hintreibt. Wow, coole Sache. Ich finde, da bekommt man richtig Lust aufs Rucksack packen. Es wird mit dem Summerton drei vor sieben. Drei Hits vor sieben. Drei mal drei. Das ist Musik, Musik, Musik. Für Ihren Feierabend.